Einen wunderschönen guten Morgen! Die Zeiten von Delicious und Social Bookmarking, die sind lange vorbei. Das Bedürfnis jedoch, Weblinks festzuhalten, damit zu arbeiten oder sich zu unterhalten, das bleibt. Und es wird auf absehbare Zeit eine Aufgabe sein, die man manuell ausführt, von Hand kuriert. Zumindest dann, wenn es einem wichtig ist.